Musik Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Cruiser Games. Und heute wird es extrem spannend. Wir haben die drei Jungs vom VfL Bochum hier, den Tarsis, den Danny und den Milo und unsere drei Jungs vom 4BRO Team und die treten heute gegeneinander an in einer fetten Partie Fußball da. Wie das Ganze aussieht, könnt ihr gleich sehen, die erste Mannschaft, die 301 Punkte runtergezockt hat, hat gewonnen. Viel Spaß. So Freunde, ich bin heute der Punktezähler, Punkteverteiler und Schiri sozusagen. Ihr kennt euch mit den Punkten aus. Was ihr wisst, Mitte 25, Mitte 50, drumrum 25 und alles andere wisst ihr ja. Mitte der Felder dreifach, außen doppelt. So, jetzt gucken wir mal, wer beginnt. Was nehmt ihr? Kopf oder Zahl? Nein. Kopf. Kopf. Kopf, ihr fangt dann. Ball. Sieben. Boah, krass. Reiß den. Reiß den. Reiß den. Reiß den. Sorry, sorry, sorry. Vier Punkte, Mann. Immer hin vier. War gut, Bruder. Bruder, warum kuckst du weg? War gut, Bruder. War gut. Bruder, war gut. Hey, hey. Warum kuckst du weg? Go, go, go. Weiter. Wo singst du? Hey, mach keine Scheisse, konzentrier dich jetzt mal. Oh, weih, weih, weih. Jungs, mögt ihr eigentlich Katzen so? Neunzehn. Woh, Doppel, oder? Doppel, oder? Neunzehn. Was, neunzehn? Ist mehr neunzehn, Mann? Ey. Ja, neunzehn. Nein, ich mach den Schoß auf, ne? Eins. Neunziger so. Guck mal, ich weiß noch, wo ich hinziehe. Siebzehn, stark. Okay, das ist stark, Bruder. Das ist stark, Bruder. Das ist übrigens ein. Was, 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 was? Ich hab eine Rolle, Bruder. Ich stand danach voll normal. Sechzehn. Zwei. Zwei. Ja! Junge! Sehr schön. Neunzehn. Mach irgendwas. Ey, Junge! Boah. Katastrophe. Der geht jetzt ab. Ey, ey, ey. Bist du für uns oder für die, Alter? Ey, warte. Aber warum sieben? Nein, nein. Max, fische. Oh. Zehn oder nicht? Drei mal zwanzig. Ein runtergefallener Radweig. So machen wir. So machen wir. Ah, okay. Ich verstehe, ich verstehe. Ja, Mann. Hast du es aber gesehen, wenn dich gefreut hat bei einer Fünf? Versuch die Mitte, Mitte. Sehr schön. Achtzehn. Junge, was machst du denn, Alter? Ey, warum haben wir nicht fies genommen? Nur die sieben Meter breit. Oh, fuck, Alter. Ist menschlich, Bruder? Guck, auch mächtig. Ach, der dick. Ich muss dir einen Druck machen. Da ist er. Ich muss dir einen Druck machen. Ich mach auch sicher. Ich mach auch sicher. Sehr schön. Gibst du doch nicht, ja? Ja, sieben. Komm, komm. Eben war die Acht, ne? Benni hat sie die Acht getroffen. Stark, stark daneben. Ja. Rechts daneben im Ball. Genau so. Ja, zwölf. Zwölf, zwölf. Zwölf, zwölf. Macht zwölf. Ah! 15, ja. Ja, 15. Ja, 15. Ja, einfach mal. Riech kann ich schießen. Okay, jetzt kommt's. Oh, da riskieren wir nämlich. Oh. 20, ja. 20, doch. Die Jungs haben 99. Ah! Egal, war gut, drei. Ja, ich war auch nur der Zeit. Wie viele? Ah, du bist, ne? Ja. Ja, egal. Null. Erste war Null. Zwei, zwei auf Null. Zwei, zwei auf Null. Zwei, zwei auf Null. Genau so. Gut, gut, gut. Mit seinem Handicap. Zwei, Mann. Oh, das ist eigentlich gar kein Handicap. Oh, das ist voll Handicap. Das ist jetzt einfach Piraten. Machst du zu? Auf geht's, Trage. Komm mal. Ey, wie hast du, äh... Wohle, das kann ich. Jetzt bin ich gespannt. Lava, das ging doch nicht. Ey. 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 Kann man damit gut sehen? Eigentlich nicht, ne? Das ist scheiße. Das ist komisch, ja? Nervt schon. Oh, eins. Hey. Schau mal, fuh, fuh, fuh. Was? Ey. Ey, ja, aber das ist 1,14. Ey. 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 Krass, krass, krass. Krass, krass, wirklich? Das ist krass. Ja, ernst. Hä? Was da? Schneller? Nein, ich hab doch verkackt. Schneller, schneller, schneller. Komm mal. Ey, jetzt bin ich gespannt. Es wird Spaß machen. Wie viele muss er? Noch sechs. Reicht, Bruder, reicht, Bruder. Das riecht ekelhaft. Tschüss, Alter. Mama! Besser als Hitze. Bruder, wir mussten 20-mal. Bruder, du triffst mehr, Bruder. Endlich. Boah, das ist eins. Boah, das ist eins. Danke, Rudi. Ey. Einmal besoffen. Musst du uns auch drehen? Eins. Ja, nochmal. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Mach mal kurz. Dann kommt eine andere Richtung. Warte, warte, warte. Nein. 16. Mehr nochmal, mehr nochmal. 16. 16, ja. Ich geh auf dreimal 17. Sehr schön, weiter, weiter, weiter. Ja. Drei. Leg einfach vorn, Bruder. Ja. 2, 2, 3. Ich auch. Komm. Das war gleichzeitig. Warte, 11. Ja. 18. Ja. Ja. Stark. 26. 26. Ey, wenn es trifft, trifft ihr, Jungs. 16. Nur noch 10. Jetzt sind noch 10. Ich mag dich krass, ja. Ey. Wir lassen auch Tarzan schießen. Bruder, danke, ja. Warte, 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 warte. Ey. 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 Alles gut? Ja. Oh, je. Okay. Hier, ciao. Die Kerlen fern, fern, fern. 17. Ey, wenn die schnell schießen, müssen sie gut, ne? 64 zu 10. Okay, okay. Sechs. Sechs nur noch. Wo ist denn die Sechs? Hat er recht. Sechs zählt ja. Oih. Einer darf noch. Sechs. Come on. Spapi. Weg. Sechs. Ey, Bint ist krass. Ey, ey, ey. Schnell, nicht aggressiv, uah. Hier. Ah, ah. Oh. Ich gewinne jetzt mit der Sechs. Nein. Oh. Okay, wir schaffen das. Ja, wir müssen die fünfte Schritte und die Sechs. Möglich? Ja, genau. Zwei. Das ist einfacher. Zwei Doppel ist einfach. Oh no. Wie viele haben wir? 53? Ey. 12. 12. Wie gut ist das jetzt? Dreimal sechs. 18. Ich hab sieben eigentlich. Komm, wir gehen hin. Sieben, Junge. Sieben, Mann. Wurde, das passt eigentlich. Sieben. Ah, überschroffen. Wo seid ihr dran? Schnell, 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 schnell. Sieben. Warte mal, warte. Oha. Überschriften. Was geht? Bobby. Nein. Nein. Überschossen. Noch zwei. Jetzt. Ja. Ey, was geht? Bobby. Sticht. Uberschossen, ihr seid. Schnell. Ich hab's nicht gesehen. Oh. Oh. Gehst du, ne? Nein. Vier, vier. Übertritt. Zwei. Ah, oh. Übertroffen. Oh, oh. Ja. Beides ist es. Drei. Oh. Zählt das? Drei? Nein, ihr ist runtergefallen. Okay. Dann kriegst du schon diese dumme Drei und dann fällt da auch noch runter. Ja. Oh. Du bist fett. Vierzehn, ne? Sieben. Alles klar. Oha. Ja. Sonst müsstest du ein Stechkill machen, oder? Sechs. Manni. 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 Sieben. Jetzt noch? Ja. 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 Dürfen wir aber versuchen? Dürfen wir probieren? Ja, komm. Ja, komm. So, Freunde. Es steht fest. Der VfL Bochum hat die Four Bros im heutigen Fußball-Dart-Match auseinandergenommen. War aber ein sehr knappes Match. Vier zu sieben. Vier gegen sieben. Am Ende haben es die Jungs gemacht. Ey, der kriegt den so an. Und jetzt gibt es einen Trikot-Tausch. Ey, Woda, was setzt du, Mann? Sehr geil. Weih, weih. Weih, weih. Weih, weih. So, das war's. Zeig dich doch. Okay, Danny. Wie fandest du heute das Spiel? Hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ähm, auch mal was anderes zwischendurch. Nicht nur immer normales Training. Ja, du hast das heute, äh, ihr habt das heute gewonnen. Wie fühlst du dich gerade so? Erzähl mal deine momentane Gefühlslage. Ähm, da wir aktuell, äh, in den Spielen, äh, nicht sehr gut ausschauen, haben wir heute mal ein anderes Spiel gewonnen. Das kann uns vielleicht mal ein bisschen Auftritt geben, auch mal für das Spiel am Wochenende jetzt gegen Stiftung. Ich hoffe, dass wir mit Spaß auch an die Sache ran gehen. Was euch nicht umbringt, macht euch stärker. Danke dir. Wir sehen uns.